Also ich fahre gerade bei der Olympische Einkleidung. Ich habe voll viele coole Sachen bekommen und ich zeige euch jetzt meine fünf Favorites. Also diese Hose. Die ist mein absoluter Favorite. Das ist volle chiller Hose. Da kann ich, glaube ich, hinterher kann ich super vom Wettkampf einfach in den Olympischen Dorf. Das freue ich mich schon sehr. Was ich auch sehr cool finde, ist dieses hier. Ich glaube, das kann ich in Rio gut brauchen, weil da ist ja schon eher warm und da ist hinten das Logo drauf. Das ist richtig cool. Und mit dem natürlich fürs Laufen freue ich mich schon sehr, wenn ich durch das Olympische Dorf oder durch Rio heute laufen kann. Und natürlich eine kurze Hose. Die werde ich auch brauchen können, weil ich vielleicht nach dem Wettkampf eine Runde auf der Copacabana zuge. Und eine Zeit lang Hose, eine kurze Hose, eine Pommelhose. Die mag ich auch sehr gerne. Ja, das war's.